Einer der ersten Dinge, die ich dort gelernt habe, war der Spruch von irgendeinem Schauspieler, der gemeint hat, um ein guter Redner zu werden, braucht man genau drei Dinge. Stage Time, Stage Time, Stage Time, Redezeit. Vorne dran stehen und dann zu lernen, dass eine Rede nicht nur aus der Rede besteht, sondern auch aus der Körpersprache und dem Blickkontakt im Publikum. Ich möchte einfach so ein bisschen beruflich an Sicherheit gewinnen. Es gibt so viele Gelegenheiten in seinem beruflichen Umfeld, wo man eine längere Rede halten muss, beispielsweise in einer Konferenz. Aber ganz oft kommt der Chef zu dir und sagt, können Sie nicht mal ganz kurz dir erklären, was da letzte Woche in dem Projekt gelaufen ist. Und dann muss man eine sogenannte Stehgreifrede halten. Und das üben wir hier bei den Toastmasters. Ich bin bei Toastmasters, weil ich lernen wollte, frei und ohne Nervosität sprechen und reden zu lernen. Und das habe ich bei Toastmasters schon sehr viel verbessert. Ich bin zu Toastmasters gegangen mit dem Glaubenssatz, ich bin eine super Rednerin und da bekomme ich Bühne und kann da tolle Vorträge halten. Ja, ich bin total gern bei den Toastmasters, weil hier trifft man richtig coole Leute, hat eine richtig gute Gemeinschaft, einen strukturierten Abend mit ganz tollem, wertvollem Feedback, über seine Reden, die man im Beruf heutzutage auf jeden Fall braucht. Also ich finde, Toastmasters ist eine tolle Plattform. Sie ist geprägt durch eine extreme geistige Offenheit. Man lernt es in perfekter Weise zu kommunizieren und das ist heute für beruflichen und privaten Erfolg von ausschlaggebender Bedeutung. Zu Toastmasters gegangen bin ich, weil ich mir bei Reden nicht so ganz sicher war. Da bin ich dankbar, dass ich mich hier regelmäßig so üben kann und mich verbessern kann. Es macht immer wieder Spaß, zum einen die Nervosität zu spüren, wenn man selbst auf die Bühne geht und eine Rede vorbereitet, als auch den Abend mit so coolen Leuten zu verbringen wie hier bei Toastmasters. Ich bin jetzt seit zwei Jahren seit Toastmasters und habe hier unheimlich viel gelernt und bin sehr dankbar für alle Tipps und Tricks, die ich hier gelernt habe, um besser reden zu können. Es macht nicht nur Spaß, hier auf der Bühne zu stehen und zu reden, sondern es macht auch wahnsinnig viel Spaß, ganz, ganz viele Teuerräten von anderen Leuten zu hören, aus ganz verschiedenen Bereichen und so einfach den Puls für sein tägliches Leben zu bekommen und einfach zu hören, was die anderen nachdenken, was die anderen beschäftigen. Und ich bin sehr gerne hier und freue mich, mit dabei zu sein. Ich denke, da habe ich doch in den letzten Jahren einiges dazugelernt und kann noch einiges lernen. Viel Spaß!